ja hallo und herzlich willkommen bei alles an der lg drehung 721 wir fahren diesmal wieder von für system sound board wir fahren die 35 528 1 sd 5 nach friedrichsdorf so erstmal alle türen auf was wir gut können und dann machen wir es machen das hier aus ja diesmal geht man ubs nicht keine ahnung wieso weil da bestimmt ja gut es kann ja heute ein update dafür vielleicht geht es auch mal bei live stream aber ist ja nie so dann wollen wir mal loslegen es dauert ja immer 40 minuten ja 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 Vielen Dank. Abfahrt 7.23 Uhr. Bitte die Vorsicht, bei der Anschauung des Zuges. Wir haben gleich Abfahrt. Charouble nimmt auf. Abfahrt ist um 10.22 Uhr. Und wenn ihr aktuelle FPS sehen wollt, kann ich gerne euch einblenden. Abfahrt 6.23 Uhr. Abfahrt 5.24 Uhr. Abfahrt 6.23 Uhr. Abfahrt 6.23 Uhr. Wir haben jetzt die Abfahrt und wieder Alt und Z drücken. 50 dürfen wir fahren. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, keine Ruckler. Das ist normal, die fahren ja auch nicht. Hauptbahnhof. Machen wir mal nur drei. Diesmal ohne TeamSpeak. Deswegen habt Ihr bestimmt auch diesen Piep gehört. Ja, wir gucken jetzt immer zwischendurch auf hier, weil wir schon öfters getestet haben, dass das kein Häkchen war, sondern sein X. Und also wir, meine ich, ein Kollege von mir und ich, haben immer eine Station, keine Ahnung, gehabt, warum wir da ein X gehabt haben. Nächster Halt, Ostendstraße, Europäische Zentralbank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und... Wenn mal zwischendurch keine Videos komme, also eine Woche, denke ich mal, und dann habe ich privat ein bisschen zu tun. Naja, hier ist ein bisschen Sonne auf, frische Luft. So, genau. Also das heißt ja nicht, dass ich dann, ähm, ja, dass ich dann jeden Tag ein Video mache, oder fünf bis sechs Tage, wie ich letztes Mal gesagt habe, ist dann zu viel. Okay. Aber ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es immer gut. Mit Leistung werde ich ja über UBS diesmal machen. Nächster Halt. Konstablerwache. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, heute streiken die Bussen und U-Bahn und S-Bahn. Wir streiken nicht, also die Spiele streiken wir nicht, weil wir wollen es wie eine Realität machen. Aber Düsseldorf und Puppertal streiken ja heute. Auch die Ormsi genauso, was ich auch nicht verstehe. Aber man kann ja auch realistisch bei Ormsi auch reinmachen. Ja. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Meisterhalt, Hauptwache, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da bin ich fast durchgefahren. Wir fahren die U-Bahn U1, U2, U3 und U8. Ich kann ja den ganzen Spielen. Ich kann ja den ganzen Spielen. Nächster Halt, Taunusanlage, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich kann ja den ganzen Spielen. 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 Ja, und sie kommt ja nach und nach jetzt wieder mal auch von Ruhrgebiet Modern 2019 von Dominic und dann werde ich dann auch die kalte BRT Berlin machen, also Berlin BRT, nicht anderes rum und dann Alheim-Laufensbach updated 2020 Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof, Umstieg zum Regional- und Fernverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus Next Stop, Frankfurt Main, Central Station, Change here for regional and long distance services Ausstieg in Fahrtrichtung links, Exit to the left ... ... ... ... ... Spannende Musik Eurer Truck Simulator kommt auch wieder auf den Kanal, ein Fernbus Simulator, so wie jetzt Ende Oktober kommt Trimsim, also eine neue Simulation, egal wie man es denkt, kommt auch aus Wien, ist auch, wie ich gehört habe, von jemandem, der aus Wien kommt, der auch mein Moderator ist, der hat gesagt, das ist realistisch, also müssen wir auch so realistisch fahren, da sind wir mal gespannt, ob das wirklich realistisch ist. Nächster Halt, Galluswarte, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, irgendwo klar ist ja klar, wollen wir jetzt Hauptbahnhof rausfahren, also wir verlassen jetzt Hauptbahnhof. Wie viel Größer soll der Gallus sein? 10.35m. Wir schaffen das. Wir bekommen das. Ja. Wir kommen jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Foto für Let's Play, Vorschaubild Ja, überall ist Schnee, ist klar, die Straße wurde nicht geräumt. Ja, die fällt heute nicht mehr. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, dass der ja nächstes Signal warten muss. Ja gut, ich drücke jetzt immer F1, weil wir jetzt gucken müssen, ob die kundlichsten Luftsingler anfangen. Nächster Halt Frankfurt West, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja gut, ich drücke jetzt. Ja gut, ich drücke jetzt. Ja gut, ich drücke jetzt mal. Jetzt kommen wir erstmal auf den Shadowplay, das er auch aufnimmt. Jupp, bringt auch super. So, jetzt müssen wir Bild nach runter drücken, weil wir jetzt im nächsten Signal was zu tun, dass wir langsam fahren müssen. So, jetzt kommt das Auto erstmal an. Dann holen Sie noch einmal an. So, jetzt wollen wir das Auto-Jaug. So, jetzt kommt das Auto-Jaug. Also, jetzt kommt das Auto-Jaug. Dann kommt das Auto-Jaug. Es ist einfach so, wenn es Auto-Jaug ist. Jetzt habe ich auf Enter gedrückt und Tastatur. Dann können wir jetzt Gas geben. Dann können wir jetzt mal wiederholen. Dann können wir jetzt mal wiederholen. Das ist der Hammer komplett. Das ist der Hammer. Na ja, die 30 Jocken gehen nicht auf, egal. Dann haben wir hier Abfahrt, 10.44 Uhr. Damit scheint sich noch grün. S120, wir fahren Steinbach. Steinbach. Das ist der Schöpfung. 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 Nächster Halt, Weiskirchen-Steinbach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist schon eine schöne Strecke, deswegen fahre ich gerne S-Bahn Rhein-Main. Das ist schon eine schöne Strecke, deswegen fahre ich gerne S-Bahn Rhein-Main. Das ist schon eine schöne Strecke, deswegen fahre ich gerne S-Bahn Rhein-Main. Ich gehe schnell mal auf Toilette, ich bin gleich wieder da. Das ist schon eine schöne Strecke. Das ist schon eine schöne Strecke. Das ist schon eine schöne Strecke. So, wieder da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bad Homburg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dieser Zug endet hier und fährt nach kurzem Aufenthalt zurück als S5 nach Frankfurt-Süd. Ich wiederhole, dieser Zug endet hier und fährt nach kurzem Aufenthalt weiter zurück nach Frankfurt-Süd. Schade, wir haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Aber egal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bis hierhin. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video, wie euch das gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Abo da, ist ja kostenlos. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal, eure Alexander LP.